hallo ist martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun donnerstag den 21.12.2023 und unsere dame die hier gestern so gelang weil da eine glasscheibe rumgezappelt hat die scheint zum mittwoch nun eingeschlafen zu sein mit dem finger auf der celltaste einmal am morgen einmal am abend hat sie hier jetzt unseren dachs ein bisschen nach unten gedrückt und damit die grüne kerze komplett rausgenommen er sollte dafür ja was hat man gesagt fast 700 67 dafür sollte zurück hätte allerdings eher damit gerechnet dass es sich noch ein bisschen hoch drückt also auch so 28 jetzt nach der grünen tages kerze ich glaube das war recht überraschend für viele und ich glaube auch in einer unbefriedigende art zu fallen weil da viele die wahrscheinlich schon drinnen waren zu dem zeitpunkt gar nicht mehr drinnen waren also dann wirklich gefallen ist weil das wirklich sehr punktuell kam wir hatten gesagt gebraucher die dynamik nach unten die hat er ja morgen schon nach unten mal angedeutet aber dann so viel fahrt rausgenommen also ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet dass überhaupt sich noch die nächsten tage noch mal bewegt und dann hat er hier abends raus noch mal schön schön stress aufgebracht es ist schwierig zu bewerten also auch für mich weil wir zum teil hat das sehen was mir gefordert haben aber es hat überhaupt nicht in den kontext rein passt also auch die art und weise wie er fällt habe ich hier anders vor augen gehabt und auch anders gemeint nicht dass er sich zweimal eine halbe stunde am tag sich fallen lässt und den rest der zeit passiert gar nichts das stimmt mich ein bisschen vorsichtig wie wir jetzt mit diesem signal umgehen halt also rein vom prinzip her bleibt es ja dabei wir haben auf der 600 ziel wir haben auf der 5 30 ziel bei das ist super interessant können auch noch weiter runter bis zur 4 30 das heißt so lange wir die rohers und tiefer tief sehen und das haben wir hier im tagesverlauf gesehen hat tief gerissen dann ein tieferes hoch gestellt ist dann wieder auf ein neues tief gefallen solange wir so ein fortbewegungsbild haben würde ich auf die unteren ziele würde die immer noch offen lassen auch aus sicht des wochencharts hat mir ein umkehrsignal wir haben noch das umkehrsignal vom donnerstag stehen wir haben gesagt sobald er da wieder drunter ist oder auch drunter arbeitet bekommt er einen gewissen sog nach unten aber ich rechne eigentlich ehrlich gesagt schon damit dass das zum donnerstag fast wieder umgedreht wird also dass er vielleicht nach unten mal irgendwie noch ein bisschen rein sticht vielleicht auch mal die 500 gibt kann mir aber schon fast gar nicht vorstellen dass er die 5 30 dabei trifft weil er auch die 600 nicht getroffen hat na der eilt hier so um die ganze zeit das würde mich wirklich nicht wundern wenn das irgendwie irgendwelches seitwärts geschiebe noch wird die nächste tage und der jetzt ja auch einfach wieder zurückgeht sollte zurückgehen ist natürlich 700 715 von unten interessant auch der ursprung dieser bewegung im bereich um 47 gegebenenfalls bremst von dort dann der anstieg auch bereits wieder ab und dreht noch mal runter ja das sind zwei zonen da sollte man genauer hingucken wenn er sich jetzt auftritt oder auch wer hier vielleicht zum langen drin ist oder noch probiert am morgen dann können die zwei bereiche rein traden und für mehr müsste erst oben eben dann auch mehr wieder beweisen ansonsten wie schon gesagt wahrscheinlich eher unbefriedigend für die meisten haben hier auf dynamik oft schon am vortag klick oder sich ihren ganzen tag hoch macht wenig punkte ganz langsam ganz träge das wirklich schon so ein bisschen wie vermeidungstaktik ja versucht die leute sich ein bisschen von der nase zu halten aber auf tagesebene können tags ganz wieder ausgekontert nach unten muss aber auch alles sagen habe nach dem donnerstag bis weihnachten auch also das schon vom geistigen auge gehabt ein bisschen dass das irgendwelches geschmieren wird jetzt ja und wie gesagt so wird es eben auch werden das heißt ich wäre ein bisschen vorsichtig mit der signallage wird durchaus auch vielleicht noch ein plan dass der auch wenn er hier runter zuckt noch mal gegen arbeitet und da jetzt nicht anfangen die einsätze massiv hoch zu drehen weil tot sicher hier jetzt 1000 punkte abwärtsbewegung kommt das glaube ich ja nicht können wir vorstellen dass er noch ein bisschen tiefer drückt dass auch die 600 jetzt mal passiert dann können wir das auch mal abhaken können wir mal ein ziel von der bis zu nehmen 5 30 ist super interessant dadurch dass das letzte alte allzeit hoch ist wir haben dort noch ein offenes gap also sowas zum donnerstag am morgen ansteuern grüne stundenkerze hin klackern und wieder hoch zur 47 da wäre ich komplett zufrieden können den donnerstag schließen und dann wäre mir der rest komplett egal ja das wäre das wäre ein schönes setup für den donnerstag aber wie gesagt ich glaube fast gar nicht dass es überhaupt bringt der wahrscheinlich jetzt schon wieder ein stockstarrer schockstarrer verfallen irgendwie wieder zur seite raushampeln da will ich euch gar nicht mal zu viel hoffnung machen dass hier noch viel passiert meisten händler sind wahrscheinlich schon in weihnachtsferien kinder die haben jetzt alle urlaub sind den meisten bestimmt schon zu hause machen irgendwas anderes bereiten geschenke vor essen oder was auch immer und von daher erwartet man auch nicht zu viel ja gut ich mache hierzu wünsche euch viel erfolg gutes klingen wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss